In den ersten Wochen, nachdem der Tinnitus bei mir gekommen war, wurden unzählige Hörtests mit mir gemacht. Irgendwann habe ich mich gefragt, was das eigentlich soll. Ob so ein Hörtest wirklich sinnvoll ist, um einen Tinnitus zu bestimmen, darum geht es in diesem Video. Es gibt ja die unterschiedlichsten Theorien über den Ursprung von so einem Tinnitus. Ich habe da auch mittlerweile meine eigene, aber ich maße mir nicht an, derjenige zu sein, der wirklich weiß, woran es liegt. Hier mal eine aus einem Tinnitus-Ratgeber der Firma Siemens. Den Link zu der Broschüre findet ihr in der Videobeschreibung. Interessant für uns sind die letzten zwei Sätze. Die Folge der Lärmeinwirkung. Die feinen H-Sinneszellen im Innenohr knicken ab oder verkleben. Dies führt zu einer Fehlfunktion, die einen Dauerton oder ein Geräusch erzeugen kann. Abgeknickte oder verklebte H-Sinneszellen führen dazu, dass man in diesen Bereichen schlechter hört. Eine Theorie geht nun davon aus, dass die Tonhöhe des Tinnitus aufgrund der Fehlfunktion exakt die Frequenz der Hörminderung hat. Das heißt, man hat eine Senke bei 3 kHz. Der Tinnitus-Ton ist 3 kHz. Wie läuft denn so ein Hörtest jetzt eigentlich ab? Einfach mal kurz für die, die es noch nie gemacht haben. Man kriegt einen Kopfhörer aufgesetzt, der komplett dicht macht. Das heißt, man nimmt die Umgebungsgeräusche nicht mehr wahr. Dann werden Töne eingespielt. Bei mir war es immer erst auf dem rechten Ohr, dann auf dem linken Ohr. Sobald man den Ton wahrnimmt, drückt man auf den Knopf. In das Diagramm wird dann eingetragen, wie lauter Ton gemacht werden musste, um ihn zu hören. Damit ihr einen Eindruck davon bekommt, von welchen Frequenzen ich hier überhaupt spreche, führe ich euch das mal anhand eines Tongenerators vor, den ich im Internet gefunden habe. Den Link zu dem Generator findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Hier unten seht ihr die Sinuswelle. Die kommt so in der freien Natur nicht vor, wird aber für Hörtests genommen und kommt auch so zumindest meinen Tinnitus-Tönen ziemlich nahe. Dann hier oben stellt man die Frequenz ein und hier die Lautstärke. Bezugnehmend auf das Diagramm von mir, was ihr gleich sehen werdet, beginne ich jetzt mal mit einem 2 kHz Ton. Dann ist das hier ein 3 kHz Ton. Dann der 6 kHz Ton, das war mein tieferer Tinnitus-Ton. Und schließlich den 12 kHz Ton, das war mein hoher Ton. Solltet ihr den 12 kHz Ton nicht mehr hören, ist das kein Drama. Das ist durchaus normal, ab einem gewissen Alter. So, und wie sieht das Ganze jetzt im Diagramm aus? Hier mal eine Hörkurve von mir aus dem Jahr 2014, zwei Jahre bevor mein Tinnitus kam. Erstmal die Achsen. Die untere, waagerechte Achse, das sind die Tonhöhen, die Frequenzen. Die gehen hier bei diesem Diagramm bis 8 kHz, also 8 kHz oder 8000 Hz. Die vertikale Linie zeigt die Lautstärke. 0 dB ist so die Hörschwelle, ab dann kann man hören. Je weiter runter es geht, umso lauter musste er gemacht werden, bis ich ihn gehört habe. Wenn man hier jetzt mal auf das rechte Ohr guckt, sieht man eine gewaltige Delle bei 3 kHz. Geht bis 60 dB runter und das ist schon ziemlich heftig. Aber nochmal kurz zurück zu den Tonhöhen. Der Test hier geht bis 8 kHz und das ist, soweit ich weiß, bei HNOs normal. Das heißt, die sind in erster Linie dafür gemacht, die eventuelle Notwendigkeit eines Hörgerechts zu diagnostizieren, weil hier einfach die Sprachverständlichkeit liegt. Als nächstes eine Hörkurve aus dem Jahr 2017. Da hatte ich mein Tinnitus schon. Der ist aus einer Audiometrie und die Einteilung der Tonhöhe geht ja bis 10 kHz, aber gemessen wurde auch nur bis 8 kHz. Die Senke bei 3 kHz im rechten Ohr ist hier eigentlich genauso, aber die Hörkurve vom linken Ohr ist zum Beispiel um einiges flacher als die von 2014. Als letztes jetzt zwei Hörkurven aus dem Jahr 2018, die ich bei einem Heilpraktiker habe machen lassen. Die gehen bis 12 kHz. Das ist der einzige, von dem ich das bisher mitgekriegt habe, der einen Hörtest macht, der bis 12 kHz geht. Die obere Hörkurve ist vom 24. April 2018, die untere Hörkurve vom 16. Mai 2018. Man kann ganz deutlich sehen, dass sie sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Vor allem der Hörabfall bei 12 kHz im unteren Diagramm. Es stellt sich die Frage, was in diesen drei Wochen passiert sein soll. Das ist der Grund, warum ich diese gängige Praxis der Hörtests ein bisschen problematisch sehe. Es geht wirklich um die Tagesform. Wie gut hat man geschlafen? Wie ausgeruht ist man? Bei mir kommt natürlich auch dazu, dass ich ja 2017, 2018 den Tinnitus hatte, der richtig laut war. Erst diese zwei Töne, dann waren es auch ein bisschen mehr, dann kam noch ein Rauschen dazu. Das war ja dann irgendwann so richtig der ganze Kopf voll. Und dann war es so, dass ich dann oft schon dachte, ist es jetzt der Ton oder nicht, weil ich mir nicht ganz sicher war. Und erst als er dann schon richtig laut war und ich dachte, ja gut, der ist es, dann habe ich gedrückt. Aber eigentlich habe ich ihn schon viel, viel früher wahrgenommen. Wenn ich jetzt gewusst hätte, welche Tonhöhe kommt, hätte ich da schneller reagieren können und dann wäre aus meiner Sicht so ein Hörtest eindeutiger. Und was sagt uns das jetzt alles? Die Theorie, dass die Töne des Tinnitus identisch sind mit den Senken in der Hörkurve, funktioniert von meinem Empfinden nicht. Weil diese 2 und 3 Kilohertz Senken, die ich hatte, waren nie meine Tinnitustöne. Es waren ja 6 Kilohertz, 12 Kilohertz. Gehörtests bei den HNO sind aus meiner Sicht nicht dazu da, die Tonhöhen des Tinnitus zu bestimmen. Sollen sie wahrscheinlich auch gar nicht. Sie dokumentieren den von der Tagesform abhängigen Zustand der Hörkurve, der aber am nächsten Tag schon wieder ganz anders aussehen könnte. Vom Frequenzspektrum sind sie in erster Linie dafür ausgelegt, die eventuelle Notwendigkeit eines Hörgeräts zu diagnostizieren. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, dass es sich bei diesem Video um keinen medizinischen Ratgeber handelt. Ich teile mit euch lediglich meine Erfahrungen und daraus resultierende Gedanken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt auf den Abonnier-Button, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und dass ihr beim nächsten Hörtest ausgeschlafen seid.